Ja Leute, ich bin's der SchockLP, ich melde mich nur ganz kurz zu einem kleinen Informationsvideo Und zwar ist das aktuelle Let's Play Projekt Plants vs Zombies, es funktioniert nicht mehr Bei diesem Spiel habe ich im Moment technische Schwierigkeiten Und zwar ist der Speicher, also der Spielstand halt, der ist irgendwie beschädigt Und ich kann irgendwie nichts dagegen machen Das einzige was passiert beim Starten ist, dass ein Error entsteht Und mir das Spiel sagt, dass ich nicht starten kann, weil irgendwie can't, irgendwas bla 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 Kann irgendwie nicht starten Also wer da irgendwie eine Lösung hat, wie man beschädigte Speicherstände irgendwie wieder herstellt Der soll einfach unter diesem Video einen Kommentar schreiben, wo er mir vielleicht helfen kann Ja ansonsten werde ich das erstmal pausieren Das kann höchstens eine Woche dauern, bis ich das Spiel wieder neu installiert habe Und wieder auf dem aktuellen Fortschritt bin Das tut mir jetzt wirklich leid für die, die wirklich dieses Let's Play immer regelmäßig gucken Ich kann da wirklich nichts ändern, das ist einfach Bullshit, sag ich jetzt mal Ja, ich bitte um mein Verständnis und so Es geht dann sozusagen irgendwann weiter, wann halt wieder ein Video hochkommt Ja, das war's eigentlich auch schon Und ja, bis zum nächsten Mal, ciao 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 Ja, bis zum nächsten Mal, ciao